Servus und herzlich willkommen hier bei Chromie.de und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sind hier wieder in Adroads Week in dem Format, wo wir euch erzählen, was ihr vielleicht in der letzten ID alles an News verpasst habt, was alles so in World of Warcraft passiert ist und wir euch direkt einen Ausblick auf die nächste Woche geben. Wenn ihr dies hier nochmal alles nachlesen wollt, alle News und sowas findet ihr natürlich auf Chromie.de im Newsarchiv. Dort könnt ihr nochmal alles genauer nachlesen bzw. wenn ihr etwas hier verpasst habt oder nochmal irgendwie einen Link hier anklicken wollt. Beziehungsweise wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen wollt, denn diese Woche haben wir ein Gewinnspiel und dazu kommen wir dann gleich. Fangen wir erstmal an mit den News und zwar der Schöpfungskatalysator Guide, wie man Tearsets selber bauen kann. Unser Guide, schriftlicher Guide sowie Videoguide ist online gegangen, denn ab dem 14. bzw. ab nächster Woche nächste ID, also nicht jetzt morgen die ID, sondern danach die ID, soll es voraussichtlich möglich sein, Tearset-Teile selber herzustellen. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr natürlich in unserem Guide. Ja, das Ende von Shadowlands ist ja sozusagen gewesen, diese ID und zwar der Epilog von Sylvanas Tyrande. Was passiert jetzt alles mit Sylvanas? Was ist da los? Das gab es jetzt und ist jetzt da. Wer nochmal die Dialoge und alles sehen will, also was danach so gesprochen wurde, vielleicht habt ihr sie auch nicht gefunden. Es waren ein paar Hidden Dialoge dabei und wer die Cinematics sehen will, auch nur die Cinematics ohne irgendwelche Analyse oder sonst was, findet sie hier in dieser News. Dann hat Blizzard ein neues Rezept eingefügt. Viele dachten, es wäre ein verfrühter April-Scherz, aber tatsächlich war es kein April-Scherz. Es hat einfach nur bei ein paar Spielen dann etwas länger gedauert, bis dieses Item angezeigt wurde. Und zwar könnt ihr euch jetzt bei den Erleuchteten direkt ein Rezept kaufen, bzw. es ist nicht direkt ein Rezept. Mit diesem Gegenstand könnt ihr direkt ein Rang 5 Item herstellen für die legendären Gegenstände. Somit könnt ihr Rang 1 bis 4 skippen. Für die Herstellungsberufe sehr cool. Es bringt schon mal ein bisschen Catch-up in die Richtung. Vielleicht könnte Blizzard dann nochmal einen Schritt weiter gehen, aber kann ja auch sein, dass da in 9.25 dann noch was zukommt. Es war der 1. April und ich möchte mich nochmal sehr bedanken an dieser Stelle an die Bro-Studios, die in ihrem April-Scherz mit uns zusammengearbeitet haben. Das fand ich sehr cool. Und zwar haben die Bro-Studios einen sehr witzigen April-Scherz gemacht. Es standen auch wirklich sehr viele Leute an dem Spawnpunkt, wo Adi von den Bro-Studios in seinem Guide erklärt hatte, wo man dieses Mount bekommt. Da standen sehr viele Leute, das heißt, eben sind wirklich viele auf dem Leim gegangen. Es hat mir sehr gefallen, das zu unterstützen zu supporten. War ziemlich cool. Wir hatten dieses Jahr leider keine April-Scherze. Einfach, weil es nicht gepasst hat. Wer weiß, vielleicht sehen wir das nächstes Jahr hier auch auf promi.de. Aber hier gehen Thumbs up raus an Bro-Studios. War eine sehr coole Idee. Hat wirklich Spaß gemacht mit euch. Gerne weitere Sachen in Zukunft. Ja, der Name der neuen Erweiterung wurde geleakt. Und zwar nicht wirklich geleakt von irgendjemandem, sondern von Blizzard selbst. Denn Blizzard hat einen kleinen Fehler gemacht. Oder es ist ein Fehler unterlaufen. Und deswegen war kurzzeitig die Website der neuen Erweiterung, die kommen soll oder die vorgestellt wird am 19. April, ja, sie war aktiv. Der Name Dragonflight war darunter gestanden. Und hier nochmal ganz klar Vorsicht. Dragonflight kann ganz klar noch ein interner Name sein. Das heißt nicht, dass die Erweiterung jetzt tatsächlich so heißt. Die Chance steht sehr hoch. Aber es kann durchaus sein, dass es ein interner Name war. Die meisten, so wie auch ich, gehen davon aus, dass das hier auch von Blizzard gewollt war, dass wir es finden, dass wir darüber berichten. Denn zwei, drei, vier, fünf Tage lang war nichts anderes auf YouTube, also im Warcraft-Bereich, nichts anderes zu finden als Videos, News und dazu. Das war eine sehr gute PR-Aktion, meiner Meinung nach. Ich habe sie gefeiert. Ich finde sowas immer cool. Ich stempele das nicht als Fehler ab, sondern es ist eine coole Sache. Bringt natürlich auch unsere Ideen weiter zum Brodeln und so. Ich feiere sowas und ich glaube, das ist gelungen. Dann hatten wir in der Chromie-Cast Folge 16, also dem Podcast am Sonntag, einen Gast wieder. Wir haben erst ein bisschen über Inklusion in World of Warcraft gesprochen, also Mobi und ich. Und dann ist der gute Maurice noch mit reingesprungen in den Podcast und dann haben wir nochmal eine gute Stunde über die Lore gequatscht. Macht wie immer sehr viel Spaß mit Maurice. Auch hier nochmal gleich die Werbung mit Maurice und mir gibt es bald einen neuen Podcast. Also der Chromie-Cast geht ganz normal weiter, aber mit Maurice werde ich nochmal einen extra Podcast machen. Dieser wird sich nur um Lore drehen, um nichts anderes. Ihr werdet eine Stunde lang nur mit Lore zugeballert und das alle zwei Wochen. Der wird natürlich auf chromie.de wieder zum Runterladen sein, zum Anhören sein. Auf YouTube wird er kommen, auf Spotify, Apple, überall wo auch der Chromie-Cast gerade zu finden ist. Und wir werden wahrscheinlich in den ersten Folgen schneller bringen. Normalerweise sollen die Folgen alle zwei Wochen kommen, da wir aber die erste Folge nach Ankündigung des Add-ons, also wir werden am 20. April, einen Tag nach der Ankündigung, die erste Folge aufnehmen und sozusagen alles Neue lore-technisch bequatschen. Da das aber wahrscheinlich ziemlich viel wird, wird vielleicht die erste Folge eventuell etwas länger werden. Und wir werden danach direkt in der nächsten Woche wahrscheinlich noch eine zweite Folge bringen. Und dann wird es erst in zwei Wochen Takt kommen. Schauen wir einfach mal. Aber ansonsten wird in Zukunft so sein, dass alle zwei Wochen eben dann eine Folge kommen wird. Hier wird es wahrscheinlich genauso sein wie bei Chromie-Cast. Das heißt, Leute, die uns auf Patreon supporten, also unsere Patreons sind, die werden die Folge wieder etwas früher bekommen, ein paar Tage. Ansonsten ist sie dann für jeden zugänglich, voraussichtlich. Immer Donnerstags, ist aber noch nicht fix, kann sich ändern. Der Name des Podcasts, könnt ihr euch schon mal merken, ist Lorewalker. Das wird der neue BOW-Lore-Podcast. Dann hatte ich hier noch eine kleine Analyse gemacht. Wahrscheinlich jeder, der dieses Video hier sieht, hat auch den Dragonflight-Analyse-Leak schon gesehen. Denn am Februar kam schon zu Dragonflight ein Leak raus, der auch Features beinhaltet. Wir haben hier für euch nochmal alles in Deutsch übersetzt, was in diesem Leak drin stand. Und in einem Video nochmal so ein bisschen Analyse darüber betrieben, was könnte denn sein, was nicht und so weiter. Dann haben wir den Herz gebundenen Lupin. Und zwar, der war ja, ist ja mit Patch 9.2 ins Spiel eingefügt worden. Wenn jetzt das Video auch noch lädt, zeige ich es euch. Und zwar hat er eine neue Animation bekommen. Das ist die alte Animation vom Lupin, so wie sie gerade auf den Live-Servern ist. Und jetzt switchen wir dann mal so langsam rüber zur neuen. Und zwar in der neuen Version hat er so einen Lichtschimmer und er reitet jetzt richtig in der Luft und schwimmt nicht mehr in der Luft. Ich finde, das ist ziemlich geil. Viel, viel, viel besser. Natürlich nicht nur der herzgebundene Lupin, sondern mit Patch 9.2.5. Sind ja auch die PvP-Mounts gibt es zwei Stück. Einmal einen Horde, beziehungsweise Allianz-Lupin. Und ja, der hat halt eben dann auch diese neue Animation. Und jetzt noch das allergeilste überhaupt. Und zwar das allererste Gewinnspiel im Zusammenhang mit Blizzard. Unser Gewinnspiel zusammen mit Blizzard ist heute gestartet. Ihr könnt hier mehrere Sachen gewinnen und eigentlich ganz einfach teilnehmen. Wir brauchen nur eure geilen Ideen. Und zwar, was gibt es zu gewinnen? Als allererstes. Ihr könnt dreimal, also jeweils nur eine, also man kann nur eine Sache gewinnen. Äh, das sind insgesamt dreimal 20 Euro Battle.net Geschenkkarten. Dann, die sind von uns gesponsert, also die kommen von chromie.de. Dann hatte Blizzard zu diesem Gewinnspiel, ähm, zweimal 60 Tage Spielzeit hinzugepackt. Und einmal das sonnenerwärmte Fellknäuel. Was muss man dafür tun? Ganz einfach. In diesem Beitrag, den werde ich auch unter dem Video posten. Ansonsten chromie.de, in den News, ne, einfach drauf gehen. Ihr müsst einfach in den Kommentaren von diesem Beitrag mit mindestens 20 Zeichen beschreiben, was denkt ihr, wie ist das nächste Setting in World of Warcraft, also in der nächsten World of Warcraft Erweiterung. Was werden wir sehen in der neuen Erweiterung? Wird es wirklich Drachen sein? Werden wir gegen Licht, Leere, gegen Entsorff kämpfen? Kommt nochmal die Geißel zurück? Ähm, bitte beschreibt einfach so ausführlich, wie es geht, was ihr denkt, was in der nächsten Expansion auf uns wartet. Dann haben wir noch einen kleinen Zusatz, denn das sonnenerwärmte Fellknäuel kann gewonnen werden, wenn ihr auch ein Feature erratet, und zwar richtig erratet. Das heißt, wenn ihr irgendwie, ähm, ihr müsst da auch wieder mit 20 Zeichen, also einmal 20 Zeichen für das Setting generell, und dann müsst ihr 20 Zeichen für ein Feature. Das heißt, ähm, wenn ihr irgendwie richtig erratet, dass sowas wie jetzt in Shadowlands mit den Pakten kommen ist, in Legion zum Beispiel mit der Artefaktwaffe, in Battle for Azeroth mit den Visionen, in Shadowlands mit Torgas, wenn ihr ein Feature richtig erratet, dann wird unter diesen Leuten, die das richtig erraten haben, nochmal das sonnenerwärmte Fellknäuel verlust. Das Gewinnspiel läuft bis zum 19. April, und ja, wenn in dem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt, wo Blizzard dann die neue Erweiterung vorstellt, werden keine weiteren Antworten gewertet. Wir werden dann am 20. April, also einen Tag später, in einem neuen Beitrag auf chromie.de, den Gewinner oder die Gewinner kennzeichnen und ausgeben, und ihr müsst euch, also ihr solltet, wenn ihr eine News schreibt, eine E-Mail-Adresse mit eingeben, ne, wird unten dann angefragt, das seht ihr alles automatisch, und wir werden euch dann natürlich auch über eure E-Mail-Adresse nochmal informieren, falls ihr gewonnen haben solltet. Ansonsten war es das erstmal mit den News für die letzte Woche, kommen wir auf die nächste Woche. Und zwar haben wir in der nächsten Woche einmal die Affixer, tyrannisch, nein, wir haben verstärkt, da ist jetzt gerade ein Fehler mit eingelaufen, aber wir haben eine verstärkt Woche nächste Woche, nicht tyrannisch. Dann haben wir anstachelnd und bebend und natürlich verschlüsselt. Als Torgas-Flügel haben wir Mordregat und die Frakturkammern. Weltboss natürlich Anthros, wenn ihr nochmal den Loot sehen wollt, findet ihr alles hier. Und Oranomonomos ist im Ardenwald aktiv, wer vielleicht noch irgendwelche legendären Erinnerungen braucht, oder Anima, oder Ruf, oder alles. Oder natürlich auch Transmog. Als Paktangriff haben wir die Night Fae bis zum Samstag, und als wöchentliche Events haben wir einmal das Weltquest-Event, wo ihr eine Quest in Aureboss kriegt, wo ihr 20 Weltquests abschließen müsst. Und als Rauferei ist das Arati-Blizzard, und der Dunkelmond-Jahrmarkt läuft noch bis zum 9.4. An der Stelle möchte ich mich erstmal viel bedanken fürs Schauen dieses Videos. Ich wünsche euch viel, viel Glück, viel Erfolg, und ich bin echt gespannt auf eure super coolen Ideen für dieses Gewinnspiel. Ich hoffe, dass eine sehr gute Beteiligung von euch stattfindet bei dem Gewinnspiel, denn imso größer die Beteiligung ist, imso größer ist auch die Chance, dass wir eben mit Blizzard weiterarbeiten können, mit solchen Gewinnspielen, und euch vielleicht in Zukunft noch mehr bringen können von Blizzard und uns. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, und sage damit Servus und Ade. So, ichicos. Und regulations. Und六 bis zum nächsten Mal. ich sage das also eine sehr gute Beteiligung, denn so gut geht an,